So meine Lieben, es ist jetzt kurz vor vier. Ein schnelles Bild der aktuellen Wetterlage. Bis jetzt war es schön. Wir hatten eigentlich Sonne, einen Wettermix mit ein paar Wolken. Aber da kommt was über die Berge, glaube ich. Da drüben ist noch ganz bisschen blau. Das hat uns aber gerade verlassen. Das zieht leider immer weiter weg. Und jetzt kommt da irgendwas über die Berge. Das sieht nicht so schön aus. Na, wir wollen mal abwarten. Sie haben ja eigentlich erst den Regen angesagt für morgen. Ab Mittag. Da wollen wir mal sehen, was da so kommt. Das ist übrigens bei mir zu Hause, hinterm Haus. So sieht es da aus. Die lieben kleinen Trampeltiere. Ja, mal schauen. Mal gucken, was da jetzt dabei rauskommt. Das war der geläufige und aktuelle Wettercast von bei mir hinterm Haus. So, bis später. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.